erfahrt ihr alles zum neuesten Konzeptschiff, der Drake Vulture. Dabei sind unter anderem Informationen aus dem letzten Around the Verse sowie dem eine Stunde langen Reverse the Verse mit Paul Jones und John Crew eingeflossen. Bevor es losgeht, durch die Vielzahl an Infos ist das Video etwas umfangreicher geworden. In der Beschreibung unter dem Video ist ein Inhaltsverzeichnis mit Zeitmarken, um direkt zu den einzelnen Punkten zu gelangen. Die ursprüngliche Entwicklungsgeschichte der Vulture begann mit der Happy Hour Game Dev Show im Dezember 2016. Durch den darauf folgenden Community Vote mit 44% der Stimmen wurde der Grundstein für das Salvage-Schiff gelegt. Kurzer Überblick. Die Vulture ist das Starterschiff für die sogenannte Salvaging-Karriere, die im Grundsatz das Recycling von Gegenständen und insbesondere zerstörten Schiffen beinhaltet. Dies ist gerade für den zukünftigen Wirtschaftskreislauf sehr interessant, da Spieler nicht nur auf Materialien aus Mining und Handel angewiesen sind, sondern selbst die Reste von großen Schlachten zusammentragen und dem Wirtschaftskreislauf wieder zurückführen können. Gleichzeitig kann man so das Verse auch wieder aufräumen, ohne dass eine automatische Löschung aller Wrackreste grundsätzlich notwendig wäre. Die Vulture oder Aasgeier, wie sie zu deutsch heißt, wird ein Soloshiff des Herstellers Drake sein und damit die Tradition von eher angenehmen, schmuddeligen und benutzten Schiffen weiterschreiben, wie es zum Beispiel bereits mit der Cutlass Black sehr gut gelungen ist. Das Schiff wird klein genug sein, um wenig Aufmerksamkeit zu erzeugen und erlaubt euch unauffällige Ausflüge in noch frische Trümmerfelder. Es hat jedoch keine aktiven Stealth-Maßnahmen und wird mit zwei Size-One-Waffen kaum für Kämpfe geeignet sein. Ein typischer Ablauf wäre, dass ihr zunächst Schiffswracks nach noch verwendbaren Komponenten und Waffen durchsuchen werdet, bevor der darauffolgende Zerlegungsprozess beginnt. Das Schiff besitzt sogenannte Scraper-Beams, welche zunächst die Hülle von Schiffen entfernen wird. Diese abgezogene Außenhaut wird dann über zwei Verarbeitungsschritte, die ihr wie aus einer heutigen Erntemaschine heraus aus dem Cockpit perfekt überwachen könnt, zum kompakten Ballen aus Schrott und Schiffsresten gepresst und im Bauch des Aasgeiers gelagert. Nachdem die Außenhaut eines Schiffes entfernt wurde, kann mit sogenannten Salvage-Charges, welche ich mit heutigen Schneidladungen vergleichen würde, das eigentliche Schiffsgeriss in kleinere Teile zerlegt werden. Dadurch ist die Vulture in der Lage, auch Schiffe zu zerlegen, die größer sind als sie selbst. Vergleichbar ist dies mit dem großen Arm der Reclaimer, jedoch wird die Einsatzdauer der Vulture durch die Anzahl der Salvage-Charges begrenzt, die im Grunde genommen eine Art Munition darstellt und nur in einer gewissen Anzahl mitgeführt werden kann. Dieses Zerlegen von Schiffen wäre theoretisch auch mit normalen Schiffswaffen möglich, wodurch die Menge an verwertbarem Material durch die ungelenkte Sprengkraft jedoch deutlich reduziert würde. Im Reverse-Diverse wurde bestätigt, dass sich auch noch nicht zerstörte Schiffe auseinander nehmen lassen. Um an Komponenten zu kommen, müsstet ihr natürlich zuerst durch die Außenhaut kommen. Die Vulture wird in der Lage sein, kleinere Schiffe wie die M50 oder Gladius vollständig verarbeiten und in ihrem Frachtraum einlagern zu können. Für größere Weltraumkadaver werdet ihr jedoch mehrere Freunde in Aasgeiern benötigen. Auf die Frage, wie lange zum Beispiel ein Zerlegungsprozess einer vollständigen Hornet dauern würde, konnte im Livestream von Freitag noch nicht beantwortet werden, es werde jedoch sicher ein Prozess sein, der mehr als nur einen Klick des Spielers erfordert. Hinter dem Pilotensitz, von dem aus ihr einen ähnlich guten Überblick haben werdet wie zum Beispiel in der Prospector, befindet sich ein Aufenthaltsraum mit Bett, Toilette und Platz für persönliche Gegenstände eines Recyclingpiloten. Das Schiff besitzt unterhalb des Cockpits eine Fronttür, die voll animiert das Material einziehen wird, außerdem wird der Spieler die Zerkleinerungsmechanik sehen können, ähnlich wie bei der Aegis Reclaimer. Es ist Platz für 12 Standard Container Units im Frachtraum, um Ladung unterzubringen, was etwas mehr ist als bei der aktuellen Aegis Avenger Titan. Dies kann das Produkt aus sauber gepresstem Schrott sein, aber auch wie bei jedem anderen Schiff für Handel oder Transport genutzt werden. Um in das Schiff wieder einzusteigen, werdet ihr genau wie bei heutigen Baumaschinen über eine Außentreppe an einem Arm des Schiffes hinaufklettern müssen und von da aus direkt in die Kabine einsteigen können. Alternativ wird es einen kleinen Lift zwischen dem Aufenthaltsraum und dem Frachtraum geben, der gleichzeitig die beiden Bereiche luftdicht voneinander abschließen wird. Das zerlegte Material werdet ihr aktuell nur verkaufen können, zukünftig werden Raffinerien und Produktionszyklen dieses Material dringend benötigen. Man wird also das Material weiterverarbeiten können und das veredelte Material danach wieder im eigenen Frachtraum einlagern können, um es zu einem geeigneteren Ort zu transportieren. Eine GravLav-Schwebefunktion für das Arbeiten auf Planetenoberflächen wie zum Beispiel bei der Dragonfly wird es zwar nicht geben, dafür aber senkrecht Starttriebwerke, die eine genaue Positionierung der Verarbeitungsgeräte ermöglichen. Da es sich aktuell um einen Concept Sail handelt, könnt ihr bis das Recycling-Schiff ins Verse einkehrt auf das Mining-Schiff Misk Prospector zurückgreifen, mit dem ihr ab Alpha 3.2 aktiv die neue Bergbaumechanik ausprobieren könnt. Wenn ihr Bock auf weitere Infos zu Raumschiffen und Star Citizen habt, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und euer Abo des Klausberger Channels freuen. Ansonsten noch einmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal oder wie es echte Weltraumputzen sagen, see you in the verse!